Hallo, ich bin Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister von 1990. Ich habe das Bomedos-Band eine Woche angewandt, zweimal täglich, nachdem ich Schmerzen im Knie hatte. Ich muss sagen, sagenhaft, nach einer Woche waren die Schmerzen weg. Vielen Dank für die hervorragende Beteiligung am Crowdfunding. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf einen schönen gemeinsamen Abend mit Ihnen.